Wie? Weil wenn alle Experten oder zumindest viele sagen, also Technikexperten, wir wissen nicht, wie das gehen soll, wie eine Maschine unterscheiden kann, das ist jetzt zulässiges Zitatrecht und das andere ist ein illegaler Upload. Und wenn sowas geblockt wird, dann haben wir ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Wenn so ein journalistischer Beitrag geblockt wird... Aber das wird nicht rechtlich von uns geblockt, nochmal. Ne, das wird dann von YouTube geblockt, von einer Software. Genau. Und das kann doch nicht unser Ziel sein, oder? Dass wir uns dann beschweren müssen, dass wir sozusagen... Nein, ist es ja auch nicht. Ist es sinnvoll, etwas sich auszudenken als Politik, was in der Praxis nicht umzusetzen ist? Warum ist es denn nicht umzusetzen? Also ich bin jetzt auch kein IT-Spezialist. Wir sprechen auch von künstlicher Intelligenz, von Erkennen, von eigenständigem Erkennen von all diesen ganzen Dingen. Künstliche Intelligenz. 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 Vielen Dank.